Drinnen, in der Küche, standen frische Kekse auf dem Tisch. Auf dem Herd dampfte ein Topf Punsch. Es war niemand zu sehen. Räuberhauptmann Schnapp zerschlug Mürsch ein paar Tassen. Dann stopfte er sich einen Keks in den Mund. »Aaah«, schmatzte er, »das ist noch besser als Gold.« Schon schaufelte er sich das süße Zeug in den Bauch, trank dazu Punsch und wurde immer müder. Doch im Zimmer nebenan hatte die kleine Greta ihren Mittagsschlaf gemacht und durch die offene Tür alles beobachtet. »Wenn meine Oma wiederkommt, dann kannst du was erleben«, sagte sie plötzlich. Räuberhauptmann Schnapp erschrak. Vorsichtig schaute er nach, woher die Stimme kam. Dann entdeckte er Greta. »Ha! Was für ein gemütliches Bett«, rief er. »Das gefällt mir. Darin werde ich ein schönes Nickerchen machen.« Räuberhauptmann Schnapp zog sich bis auf die lange Unterhose aus, warf sich auf die Decke und war in einer Minute eingeschlafen. Als er aufwachte, waren sein Säbel und die Kleider weg. Vor dem Bett stand eine grauhaarige Frau. »Kleinen Mädchen, die Kekse wegessen, schäm dich«, sagte sie. »Und mal gründlich baden könnte dir auch nicht schaden.« Räuberhauptmann Schnapp schrie nach seinen Männern. Aber die waren längst fort. In langer Unterhose konnte er ihnen jedoch schlecht hinterherlaufen. Also musste er bei Greta und ihrer Oma bleiben und den Räuberberuf an den Nagel hängen. »Plätzchen«, hat Räuberhauptmann Schnapp allerdings sein Leben lang gestohlen.